Also wenn jemand so gut geredet hat wie der Julienzer, dann könnte ich eigentlich sagen, der hat mir ein Ciao gestohlen. Ich bin immer überrascht, wie er das kann. Er hat schon einen Spickzettel, aber da steht gar nichts drauf. Das mit dem Alpenklub möchte ich jetzt gerade mal in Ruete und Schwarzen drüber sagen. Dank dem Juli bin ich auch im Alpenklub. Und zwar im Gleichen. Ich habe einfach in dem richtigen Moment nichts gesagt und so bin ich zufrieden. Ich bin sogar jetzt so viel und den Beitrag immer noch. Ich hatte Juli als Schüler an der Kunstwerpsschule. Er kam in die Oberkürze, nicht nur zu mir. Aber ich habe ihn dort schon ausserordentlich geschätzt. Als hellwachen Typ und aufmerksam. Und dann hat er mir später die Chance gegeben. In den Hütten im Pilatus oben. Ich durfte mit ihm im Tief- und Hochbau arbeiten. Wir haben das alle gemacht. Juli und ich haben dann den Grill drauf gestanden. Multi- und Hochbau.